Die Kinder beim Zirkuscamp sind schon ziemlich angstfrei. Wie hier beim Trampolin, da ist schon so einiges möglich. Aber so war das nicht seit Beginn der Woche. Vor allem finde ich, dass die Kinder halt eben aus ihren Ängsten auch rauskommen. Das ist für die, glaube ich, am allerwichtigsten. Das ist halt eben, wo die immer noch ein bisschen Schiss, sagen wir mal, auch teilweise haben, dass sie auch kneifen. Aber ich glaube, mit jedem Tag sind die hier motiviert und schaffen das eigentlich, ja. Die Kinder haben am ersten Tag des Camps verschiedene Disziplinen ausprobieren dürfen. Danach mussten sie sich dann für zwei entscheiden, die sie in den folgenden Tagen erlernt haben. Mir macht es immer sehr viel Spaß. Es ist auch eigentlich dieses Jahr auch schon sehr gut organisiert. Dieses Jahr sind wir ein bisschen weniger Kinder, aber es ist trotzdem, also ist auch sehr schön, weil man dann auch mehr kennt. Wir machen halt Übungen am Vertikaltuch. Man nimmt halt die zwei Tücher, man klettert, also es ist hoch. Dann muss man die Tücher trennen. Und dann wickelt man die Füße da rum und dann geht man in den Spagat. Die Vertikaltücher haben sogar so einen Erfolg, dass das ganze Jahr Kurse angeboten werden. Und das vollkommen ohne Wettbewerbscharakter. Das ist auch gewollt so. Das ist uns prinzipiell wichtig hier im Haus, also dass wir diesen Wettkampfgedanken halt mal rausnehmen und man einfach die Sache macht, weil man Freude daran hat. Das geht von den Musikkursen, die wir anbieten, bis halt zu einem Tanzkurs oder auch ein Theaterworkshop, wo es halt nicht auf einem Theaterstück drauf zuläuft, sondern halt einfach geschaut wird, okay, wie improvisiere ich, wie gehe ich mit dieser Situation um. Wir möchten halt einfach schaffen, dass dieser, ja, dass dieser Ehrgeiz und dieser Konkurrenzgedanke mal abgeschaltet wird bei den Kindern, sondern einfach mal macht die Sache, weil man Spaß dran hat. Und dann macht man die Sachen auch meistens richtig gut. Angeboten werden insgesamt acht Disziplinen. So finden sich auch für die Disziplinen Diabolo-Fürsprecher. Da hat man halt so einen Teil und das kann man dann andrehen, indem man den Stock so bewegt. Dann kann das halt schneller werden, man kann es hochwerfen. Es gibt ganz viele verschiedene Tricks und ja, das macht mir relativ viel Spaß. Aktuell läuft alles rund. Nur der Start war etwas holprig. Doch wie so oft in der Jugendarbeit finden sich immer Lösungen. Ich muss zugeben, der Start war ein bisschen holprig. Das war allerdings wetterbedingt. Das heißt, beim Zeltaufbau hat es total geregnet. Und dann wurde hier mit Gummistiefeln und Arbeitsschuhen rumgerannt, sodass halt hier diese Manege hinter uns, das war eine Schlammschlacht, sodass wir dann halt gucken mussten, okay, wie kriegen wir das jetzt wieder trocknen, damit wir das Zelt nutzen können. Dann haben ich und meine Kollegen dann halt geschaut, okay, wir brauchen eine Heizung hier drin, damit der Boden trocknen kann. Wir müssen das hier ein bisschen ausmulchen, damit das auch wieder alles trocknet, sodass wir dann am Dienstagnachmittag dann endlich auch das Zelt nutzen konnten. Das Programm der Aufführung erstellen die Kinder selber. Wer eigentlich schon zu alt für das Camp ist, der wird als Hilfstrainer mit einbezogen und hat auch die Möglichkeit, bei der Vorführung aufzutreten. Das Konzept, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Aktivitäten für Kinder zu planen, wird auch sonst oft im Jugendtreff in Zeit angewandt. Und wer weiß, vielleicht werden auch weitere Aktivitäten bald ganzjährlich angeboten.